Weitere Gaming-Unternehmen sperren Russland aus, neue Informationen zu GTA 5 auf den neuen Konsolen und der Koop-Modus für Halo Infinite wurde nochmal verschoben. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Auch heute steht die erste Meldung unserer Sendung wieder im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie ich euch letzte Woche bereits berichtet hatte, hat sich der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine, Mikhailo Fedorov, sich mit der Bitte um Sanktionen gegen Russland an die Gaming-Industrie gewandt. Und tatsächlich haben einige wichtige Unternehmen der Branche entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Bereits letzte Woche hatte CD Projekt den Verkauf ihrer Produkte in Russland gestoppt. Microsoft hat ebenfalls angekündigt, den Neuverkauf aller seiner Produkte in Russland auszusetzen. Darunter fallen neben Windows-Systemen alle Xbox-Produkte sowie alles, was zur Azure-Cloud gehört. Außerdem arbeitet das Unternehmen eng mit den Regierungen der Vereinigten Staaten UK und EU zusammen und stellt unter anderem den Betrieb vieler Niederlassungen in Russland in Übereinstimmung mit den staatlichen Sanktionsentscheidungen ein. Zudem wird weiterhin proaktiv an der Cybersicherheit der Ukraine gearbeitet. Dazu wurden unter anderem Spezialisten abgestellt, die die Ukraine bei der Abwehr russischer Cyberangriffe unterstützt, darunter zuletzt ein Angriff auf einen großen ukrainischen Sender. Auch EA, Activision Blizzard und Epic Games reihen sich in die Liste der Unternehmen ein, die den Vertrieb in Russland unterbrechen. Zusätzlich verdoppelt Activision Blizzard die Spenden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Organisationen, die in der Ukraine Soforthilfe leisten. Letzte Woche wurden so über 300.000 Dollar gesammelt, wie COO Daniel Allegri schrieb. Er hob auch den enormen Beitrag der polnischen Kolleginnen und Kollegen hervor, die sich dafür einsetzten, ukrainische Flüchtlinge und andere Bedürftige zu helfen. Epic Games kündigte ebenfalls auf Twitter an, den Verkauf der Produkte in Russland zu stoppen. Allerdings kann man die Spiele weiterhin spielen, wenn man sie bereits hat. Als Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine stellt Epic den Handel mit Russland in seinen Spielen ein. Wir blockieren den Zugang nicht aus demselben Grund, aus dem andere Kommunikationsmittel online bleiben. Die freie Welt sollte alle Wege des Dialogs offen halten. Der Nintendo eShop für Russland befindet sich derweil derzeit im Wartungsmodus, nachdem Zahlungen nicht mehr verarbeitet werden können. Ob dies aber eine aktive Entscheidung von Nintendo ist, Russland zu sanktionieren, oder mit dem Ausschluss einiger russischer Banken vom internationalen Zahlungsverkehr Swift zusammenhängt, ist nicht klar. Aber auch aktiv wird weiterhin geholfen. Die Spendenaktion Together for Ukraine wird aufgrund des anhaltenden großen Erfolgs fortgesetzt. Riot hat angekündigt, alle Gewinne aus Verkäufen des Battle Passes von Valorant, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics und Wild Rift sowie die Bienenskins aus League of Legends bis einschließlich 12. März vollständig, plus zusätzlich 1 Million Dollar an humanitäre Hilfsorganisationen in der Ukraine zu spenden. Auch heute wollen wir die Kommentarsektion offen halten, behalten uns aber vor, sie zu schließen, falls wir dem Moderationsaufwand nicht mehr gewachsen sind. Dazu möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich bisher respektvoll und höflich verhalten haben. Bitte bleibt dabei und bedenkt immer, dass auf der anderen Seite des Bildschirms auch ein Mensch sitzt. Es war teilweise sehr belastend, die Kommentare zu lesen und ich möchte mich nochmal ganz ausdrücklich bei unseren Moderatoren bedanken, die hervorragende ehrenamtliche Arbeit geleistet haben. Wenn ihr selbst oder jemand in eurer Umgebung Hilfe braucht, wendet euch bitte an das Sorgentelefon. Dort leistet geschultes, professionelles Personal schnelle und auf Wunsch vollkommen anonyme Hilfe. Wie ihr sie erreicht, steht in der Videobeschreibung. In ein paar Tagen ist es endlich soweit. Das, worauf alle, wirklich jeder einzelne GTA-Fan aller Zeiten gewartet hat. So lange, so intensiv, so leidenschaftlich. Jawohl, GTA 5 kommt endlich auf die Next-Gen-Konsolen. Ihr dachtet doch nicht ernsthaft, ich erzähle euch jetzt was über GTA 6, oder? Jedenfalls erscheint am 15. März das Next-Gen-Update für Grand Theft Auto 5 und da gibt es ein paar neue Infos und einen kleinen Leak. Beginnen wir erstmal mit den offiziellen Ankündigungen. Da gibt es nun nämlich Infos zu den drei verschiedenen Grafik-Modi, die auf PS5 und Xbox Series zur Verfügung stehen. Der Wiedergabetreue-Modus bietet native 4K-Auflösung, auf der Series S hochgerechnet, 30 FPS sowie Raytracing-Effekte. Der Leistungsmodus setzt den Fokus auf die Framerate und bietet 60 FPS, die Auflösung wird dabei auf 4K hochgerechnet, auf der Series S ist die Auflösung 1080p. Der RT-Modus steht nur auf PS5 und Xbox Series X zur Verfügung und will das Beste aus beiden Welten ermöglichen. Hier sollen in hochgerechneten 4K bis zu 60 FPS möglich sein und Raytracing-Effekte dargestellt werden. Generell gibt es einige Verbesserungen gegenüber der PS4 und Xbox One Version, die einige bereits aus der PC-Version des Spiels kennen. So sind mehr Leute und Autos auf den Straßen unterwegs, die Vegetation ist dichter und Licht- und Schatten-Effekte sowie Reflexionen sind ebenfalls besser. Dazu kommt dann natürlich noch die generell schnellere Ladezeit der neuen Konsolen sowie 3D-Sound und bei der PS5 das haptische Feedback für den Dual-Sense-Controller. All diese Verbesserungen gibt's außerdem nicht nur für GTA 5 an sich, sondern auch für GTA Online. Ab morgen wird das Spiel dann vorbestellbar sein und außerdem wird auch direkt der Preload angeboten. Ein Preis wurde bisher allerdings nicht offiziell kommuniziert. Der Online-Shop GameRoom bietet das Spiel auf seiner Webseite derzeit für die PS5 für 40 Euro an. Das könnte theoretisch ein Platzhalter sein, allerdings werden Platzhalter üblicherweise höher angesetzt als der finale Preis, da der Preis für Vorbesteller im Nachhinein nicht mehr nach oben angepasst werden kann. 40 Euro klingt an sich nicht ganz unrealistisch, immerhin ist das Spiel neun Jahre alt. Es zum Preis eines neuen Spiels zu verkaufen, wäre definitiv eher unhöflich. Allerdings behauptet die Webseite Samagame, dass eine niederländische Mediamarkt-Filiale das Spiel für die PS5 für 75 Euro gelistet hat. Das allerdings könnte definitiv ein reiner Platzhalter sein. Weiter hat Rockstar Games auf Twitter geteilt, wie man seinen Spielfortschritt von GTA 5 und GTA Online auf die Next-Gen-Versionen übertragen kann. Diese Funktion steht ab sofort zur Verfügung, dann ist zum Launch alles ready. Allerdings geht das nur von Xbox One auf Xbox Series und von PS4 auf PS5, ihr könnt also eure Spielstände von der Playstation nicht auf die Xbox übertragen oder umgekehrt. Neue Charaktere in GTA Online werden außerdem mit einer kleinen Spende von 4 Millionen GTA Dollar unterstützt. Die Koop-Kampagne von Halo Infinite lässt weiter auf sich warten. 343 Industries wird es leider nicht schaffen, diese und den Forge-Modus bis Mai fertigzustellen. Wie die Entwickler in einem Blogpost erklären, laufen die Arbeiten an den beiden Modi parallel zu denen an der zweiten Season, die allerdings eine höhere Priorität hat. Man mache große Fortschritte, aber brauche mehr Zeit, um ein hochwertiges, voll funktionsfähiges Vierspieler-Netzwerk-Koop-Erlebnis in der massiven, weitläufigen Welt von Halo Infinite zu schaffen. Auch setze man sich weiter für einen Zwei-Spieler-Split-Screen-Modus auf der Xbox One und Xbox Series ein, aber es sei eine große Herausforderung, die nicht-linearen, weitläufigen Abschnitte der Kampagne in diesem Modus darzustellen und man brauche für die Lösung des Problems einfach mehr Zeit. Während also die Season 2 den Plänen entsprechend am 3. Mai veröffentlicht werden soll, verspätet sich die Koop-Kampagne etwas. Sie soll aber noch während Season 2 kommen, der Forge-Modus soll weiterhin zur dritten Season starten. Am wichtigsten sei die Gesundheit des Teams, schreibt 343 Industries ebenfalls im Blogpost. Man wolle einen nachhaltigen Entwicklungsrhythmus finden, um gute Arbeit zu leisten und ein großartiges Ergebnis abzugeben, während die Work-Life-Balance der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewahrt bleibt. Außerdem steht auch die Behebung bestehender Fehler und Bugs noch vor der Weiterentwicklung auf dem Plan. So geht zwar manchmal alles ein bisschen langsamer voran, langfristig ist es aber wahrscheinlich definitiv die bessere Lösung. Wann der Koop- und der Splitscreen-Modus kommen soll, will das Team so bald wie möglich teilen. Wie euch Michi bereits letzte Woche berichtet hat, wurde Nvidia Opfer eines Hackerangriffs. Die Gruppe Lapsis Dollar hatte sich Zugang zu sensiblen Daten verschafft und diese offenbar bereits weiterverbreitet, nachdem Nvidia den Forderungen nicht nachgekommen war. Betroffen sind wohl unter anderem Anmeldeinformationen, also E-Mail und Passworte von über 71.000 Angestellten. Nun hat sich die Gruppe ein neues Opfer gesucht und Samsung ins Visier genommen. Anders als bei Nvidia wurden allerdings keine öffentlichen Forderungen gestellt. Berichten zufolge wurden über 190 GB an vertraulichen Daten gestohlen und bereits veröffentlicht. Darunter Quellcodes für pro-peritäre Anwendungen und Daten-Represatories im Zusammenhang mit verschiedenen Samsung-Projekten. Es ist nicht ganz klar, wann der Angriff stattgefunden hat und welche Kommunikation zwischen Lapsis und dem koreanischen Unternehmen abseits der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Ein Statement von Samsung gibt es noch nicht, nur die Aussage, dass die Situation derzeit bewertet würde. Beide Angriffe bergen Experten zufolge Gefahren für den Endverbraucher, da die gestohlenen Daten genutzt werden können, um gezielt Malware zu programmieren. Also aufpasse. Mit dem Steam Deck ist endlich mal wieder ein neues Spiel von Valve erschienen. Naja, jedenfalls sowas ähnliches. Aperture Dust Job ist ein Free-to-Play-Game, das als Tech-Demo zum Steam Deck herausgekommen ist, aber auch auf dem PC spielbar ist. Es ist ein kleiner Ausflug zurück ins Universum von Portal, aber naja, halt kein richtiges Spiel. Tatsächlich sind aber wohl bei Valve gleich drei echte, richtige, vollwertige Spiele in Arbeit. Das jedenfalls verriet Craig Groomer im Interview mit Axios. Er ist Designer bei Valve. Um was für Spiele es sich dabei genau handelt, hat er allerdings nicht verraten. Nachdem Half-Life mit Alyx ja praktisch einen dritten Teil erhalten hat, bauten nun viele Fans natürlich auf eine echte dritte Teil von Portal. Aber auch einige andere Franchise stehen da noch im Raum und es könnte natürlich auch sein, dass wir etwas vollkommen Neues erwarten dürfen. Wir werden sehen. Drei Spiele von Warner Bros., Hogwarts Legacy, Suicide Squad, Kill the Justice League und Gotham Knights sollen noch in diesem Jahr erscheinen. Das schrieb vor kurzem Jason Keeler, der Chef von Warner Media, in einer Reihe von Tweets. Ein offizielles Datum gab es aber damals noch nicht und wurde auch bis jetzt nicht veröffentlicht. Im Fall von Gotham Knights könnte der Release aber tatsächlich näher sein als bisher gedacht. Darauf deuten gleich zwei potenzielle Leaks hin. Das eine ist ein Foto aus einem Videospiele-Laden in Irland, das vom Twitter-Account Hogwarts Legacy News geteilt wurde. Auf dem Bild ist ein Platzhalter der Discbox zu sehen und darauf ein Sticker Coming soon, 24. April. Ob das aber tatsächlich das Release-Datum ist, ist etwas fraglich, denn der 24. April ist dieses Jahr ein Sonntag. Für einen Platzhalter ist das aber dennoch ein eher ungewöhnliches Datum. Der zweite Leak verrät zwar kein Datum, deutet aber darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern kann. Denn offenbar war eine Beta-Version des Spiels kurzzeitig über Steam verfügbar. Der Eintrag ist von der Plattform zwar inzwischen gelöscht worden, die Daten sind aber über SteamDB weiterhin einsehbar. Demnach hat das Spiel eine Download-Größe von rund 82 GB. Allerdings wurde der Beitrag auf Reddit, sowie der entsprechende Screenshot und sogar der User, der den Beitrag ursprünglich gepostet hat, gelöscht. Es ist also etwas schwer nachvollziehbar. Es könnte aber durchaus darauf hindeuten, dass sich das Spiel aktuell in einem geheimen, geschlossenen Beta-Test befindet oder dass demnächst eine öffentliche Testphase geplant ist. Offizielle Informationen oder weitere Hinweise gibt es aber noch nicht. Und das war's wieder mit den News für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen netten Kommentar da oder klickt den Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, bietet es sich an, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir haben jede Menge spannende Videos für euch in Arbeit und schon hier direkt für euch bereit, zum Beispiel unsere aktuelle Trailer-Rotation oder diese Liste mit Aufbauspielen, die dieses Jahr noch kommen sollen. Wir sehen uns morgen wieder zu den News, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot!